Ich muss unten klicken und am Ende der Runde oben. Ja, aber wie? Du hast so an der Maus so Teile dran. Ja. Ich hab so eine recht krasse Maus, ne? Ja, so eine, damit kannst du richtig einen Propeller machen. Ja. Mach mal. Guck. Wuuuuh. Ist das auch ein Makro? Indirekt schon, dann hab ich noch einen anderen. Guck dir den mal. Das passiert eigentlich, wenn man mit der Maus einen Propeller macht. Ich probier's jetzt mal. Moment, ich räum jetzt mal in den Tisch rein. Wie sieht's aus? Jetzt drehst du dich so eklig. So eklig drehen? Okay, dann lach ich's mal. Oh Gott, jetzt hat's mein Mauskabel verdreht. Siehst du mich? Moment. Äh, ja. Der muss jetzt mal wieder eindrehen. Warte, jetzt drück ich unten. Bam. Hä? Du hast dich einfach nur so um drei Millimeter bewegt grad, ey. Wab okay. Ja, was war das? Oh, scheiße. Oh, man. Diese Runde. Wieso? Ja, weil... Nee, ich will nicht. Ja, ich hab keine Stripes mehr. Komm, du hast... Nein. Hä? Ja, ich hab zwei direkt am Anfang verbraucht. Warum? Weil ich weiter hinten war. Bist du dumm? Ich war ganz hinten. Ja, ist mir scheißegal. Man macht das trotzdem nicht. Man versucht am Ende noch auf diesen Emerald-Plocken das auszunutzen. Was ist denn los mit dir, Dab? Dab, du bist nicht der, den ich einmal gekannt habe. Oh, ja, aber da macht er den... Da macht er den Tryhard. Da macht er den Tryhard-Fail. Du bist gut. Egal, alles ist gut. Oh, Mann. Wartest du? Oh, nein. Leute, das wäre jetzt so genial, wenn ich jetzt mein Makro vor dem Ziel aktiviere, ne? Da schreibe ich immer GG und Liebe. Boah, yo. Jetzt gut. GG. GG und Haupt. I'm out in the house, I will. Oh, Mann. Oh, mein Gott, was ist das? Ich weiß nicht. Ich brenne. GG. Du meinst doch, dass Ultimate oder so hier drin ist. Ultraner-Kraft ist drin. Wer ist Ultraner-Kraft? Sie hat gewusst. Hast du noch einen Zweit-Account, oder was? Warte mal, Luong. Wo die so nahe an mich schwöre. Meine Mäppel? Ich schwöre, das ist ihre Mäppel. Die Junge, die versucht mit uns zu kommunizieren. Sie sind außerirdischer. Oh, scheiße, jetzt habe ich Caps geschrieben. Okay, ist toll. Hä? Also, es geht los! Nice. Ja, da noch. Leuna ist. Oh, Alter, was war das? Ich hab' nicht gesagt, was ist los? Okay, oh, Dudu, Wurst auch. Wurst auch. Wurst. Wurst. Das ist ja nämlich gerade anders. Ich hab' nicht gegessen. Keine Malt, irgendwie. Alter, Skystorms vor. Okay, da steht er nicht, danke. Ah, okay, du hast auch noch dein Straf, ne, für den Megatrick. Aber den Ultra. Oh, okay, ich hab' eben den Leck gehabt, aber den Leck. Den Leck. Nicht irgendeinen Leck. Es ist der, wow. Wow, ich strafe mich gegen die Wand so ein bisschen, na. Gigi. Gigi. Gigi Bros. Was? Vor allem... Hä? Jump? Jump. Jump. Hä? Jump. 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 Ja, nach der Runde, ne? Okay. Hä? Was macht der denn? Ich check' dieser mal gar nicht, ne? Na, danke. Gigi. Oh, das bist ja gar nicht du. Alter, ich dachte, du wärst ein bisschen besser, ne? Oh, nicht sein er... Also... Ah. Vor allem mit 200k, ne? Also... Ich glaub, du solltest lieber mit deinem Zweiter-Konto wieder raufkommen. Der sieht auch ein bisschen besser aus, muss ich sagen, ne? Naja, du bist aber auch ein ganz Schnuckel-Dinger. Ja. Ja. Boah, der sagt einfach ja! Er ist einfach so überzeugt von sich selber. Du bist ein Schnuckel-Dinger, ne? Ja. Na, klar. Na, klar. Okay. Jo, dann... Welche Runde? Äh, äh... Unten... Lülülül... Das? Nö. Bist du schon irgendwo drin? Ja. Äh, das? Ja. Hä? Was war denn das für ein Links? Ich hab unten links gesagt. Du bist woanders unten links eingegangen. Ja, ich bin unten links das Zweite. Hä? Also, sind wir jetzt unten links im Zweiten? Nein, wir sind jetzt unten links. Wieso gehst du dann nicht unten links, wenn ich sage unten links? Weil ich dachte, du meinst unten links der Zweite. Findet ihr immer noch einen der Besten? Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schau- Was? Ich spürste... Vielen Dank.